da hallo und willkommen zurück zu anno 1602 eine kleine sache eine persönliche bitte an euch da ich gesehen habe dass schon eine handvoll leute die videos anschaut bitte hinterlasst mal ein paar kommentare in den bei youtube und schreibt mal wie ihr das let's play so findet ob irgendwelche anregungen irgendwelche kritik habt oder ähnliches würde mich mal interessieren wie das so ankommt ja wir müssen weitermachen bei der mission wenig gelangen und bekommt kein baumaterial das volk hungert und bekommt kein baumaterial so haben wir alles hier verlassen euer volk ja unser volk hunger gibt es hier schön nahrung ab gib mal ein bisschen hallo bleib mal da ja ist mehr nahrung hier ab nein alles auch nicht macht das mal so und fahr dann mal weiter ähm ja was haben wir da eigentlich für eine krass positive bilanz sieht echt gut aus so ja das problem ist unser problem ist halt echt dass wir das mit dem piraten hat uns echt nicht gepasst ich meine wir sind so weit zu gut eigentlich ganz gut dabei sehr nahrungsmäßig aus ganz gut hier können auch mal ein konkurses konto bauen wo sind wir denn hier warte mal die ja entwickeln sich hier nicht so schnell weiter so jetzt also sieht alles wunderbar aus bloß das problem ist dass wir echt jetzt dann ein problem mit der nahrung haben hier sind wir fertig aber die nahrungsmittelsituation sieht halt nicht so gut aus und man sieht auch die stoffe situation könnte besser sein vor allem dann können wir es uns auch nicht leisten ein neues schiff zu bauen auch wenn wir genug holz haben so das ding hier ist fertig dann machen wir das hier weg und bauen wir nochmal einen zweiten stein mit hierher so äh gut ich glaube wir brauchen eine neue insel ähm und zwar also als erstes nämlich hier haben wir glaube ich genug stoffe nimm uns das erstmal mit und dann suchen wir mal das piraten nest da wir jetzt ja genug geld haben können wir den ein bisschen tribut zahlen lassen das ist erstmal in ruhe und dann haben wir da auch weniger probleme äh viel nahrung der man mit 36 tonnen wie viel liefert er da jetzt ab 18 ich glaube das ist immer noch zu wenig hässliches schiff sieht echt nicht mehr so fresh aus das gibt es nicht das ist so unfassbar weil wir sind zu langsam keine chance okay der will es nicht haben äh es hilft nichts wir müssen das schiff wieder reparieren das ist echt scheiße jetzt jetzt ist es wieder mit der nahrung wird es knapp das ist vielleicht ein scheiß dreck und dann werden die stoffe wieder knapp und ich glaube die mission zieht sich noch ein bisschen leider und das alles nur wegen den blöden piraten schiffsreparatur echt schade jetzt ähm gut du machst mal deine handelsroute weiter und wir bauen jetzt ein neues ähm neues schiff bauen neues schiff alles klar so sagen die stoffe geht sehr stark runter gut ähm also agenda es mangelt an alkohol es fehlt an nahrung so hier mangelt hier an alkohol nein 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 das ist hier drüben ach ja klar weil die kriegen hier ja gar nichts äh da drüben ist alles wahrscheinlich gestopft voll das schiff fehlt wir haben ja nur noch ein schiff ha das habe ich voll vergessen ähm ja wir müssen den bürgern die steuer erniedrigen leider alles sieht echt jetzt beschissen aus okay wir suchen jetzt das hast du das hat so keinen wert weil wir einfach nicht so ein gesichertes äh uns eine gesicherte versorgung zusammenkriegen äh ich bin voll fertiggestellt fett okay wir kriegen so keine sichere versorgung zusammen und deswegen suchen wir jetzt das piratenest die pass haben wir hier nach ja haben wir check das ist wunderbar okay hier ist es schon mal nicht das ist wahrscheinlich auch nicht das ist hier vielleicht ihr habt ein eingeborenen Dorf entdeckt mhm die selten baut der denn seine Wege ja gut ähm dann schauen wir mal hier auf diesen Inseln ob wir es da vielleicht finden ein verkommenes Nest voll kremiger Freibeuter wurde entdeckt ich habe es gefunden check gut die bieten Werkzeug an bis ach das hätte man nicht wollen cool den kann man echt gut handeln Schutzgeld das ist wunderbar top so soweit so gut jetzt können wir endlich wieder Moment äh was wollte ich jetzt tun ach ja genau dieses Schiff hier macht jetzt hier erstmal eine Handelsroute so so und zwar geht es hier um Alkohol Tabak und ein wenig Nahrung das machen wir gleich noch auch noch das Volk bekommt kein ja 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 ist ja in Ordnung dass ihr kein Baumaterial kriegt man 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 okay ähm so so in Glasgow laden wir das ins Kontor ist das hier Glasgohol ne das ist Solingen ok und in Solingen auf ne ja hier auf Schiffladen und Solingen ins Kontor laden hier auf Schiffladen und Solingen ins Kontor laden gut ähm und wir nehmen immer so 15% Nahrung mit und dann na geh mal los hier so und das andere Schiff hier da schmeißen wir jetzt die letzte Route raus und so die hier schmeißen wir raus äh wie kann ich die rausschmeißen wissen keine Ahnung so 20 tonnen ins Kontor laden nahrung und 20 tonnen wieder zurück das hängt so viel warm äh so hier ist dann weniger ja das ist egal jetzt ähm neue Insel? Fragezeichen hm hier könnten wir noch Baumwolle anbauen brauchen wir fast hier ist so haben wir zwar genug Stoffe aber hier gehts langsam echt zur Neige ok ok erstmal halt du bleibst erstmal hier und warum lädst du nicht alle Nahrung rüber? verstehe das wer will achso wir machen das einfach hier ganz hoch ähm ja wir nehmen das Zeug jetzt mal mit also hier sind wir erst fertig ok ok das heißt wir brauchen hier schon mal nichts mehr ähm äh ja wo sollen wir denn hin? expandieren vielleicht expandieren wir ja auch einfach nur hier weiter und bauen hier ein bisschen Stoffe an aber wir haben ja hier eine Baumwollinsel so ist es ja nicht und ich meine hier unten ist eigentlich ja alles da ja dann machen wir das doch hier mal schnell dann bauen wir hier eins zwei Baumwollplantagen so und dann hoffe ich dass wir das hier endlich ein bisschen in den Griff kriegen ähm dann weißt du was? dann bauen wir hier nochmal ein Schiff das sich um diese Ding hier kümmert so und dann stellen wir hier nämlich auch noch eine Weberei auf so das heißt hier müssen dann die Stoffe explodieren äh ja gut das laden wir jetzt hier mal hoch weil drüben brauchen wir eh nichts mehr so das heißt du machst deine Handelsroute weiter ja gut ähm ich kann jetzt da oben noch kein neues Schiff bauen ach hätte ich gleich ein paar Stoffe mitnehmen können ja du bleibst mal nochmal schnell hier kommen wir nochmal runter hier hopp ok ähm dann nehmen sie mal Stoffe Stoffe wo haben wir Stoffe? Stoffe! hier nimmst du gleich mal 20 mit das ist gut das ist gut so fährst du gleich mal hier zurück und ähm packst du die mir hier mal aus und dann bauen wir hier gleich mal ein neues Schiffchen hopp 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 soo gut du machst das weiter mit deiner Handelsroute und wir bauen ein neues Schiff der Esel holt die Sachen es fehlt an Nahrung ja ja jetzt chill mal da kommt doch alles hier na schau hast du doch schon Nahrung eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher und du bist jetzt hier mein naja süßer kleiner hier der sich ein bisschen um die Stoffe kümmert und zwar nimmst du sieben Stoffe mal so ein bisschen äh aus Solingen und nimmst du mal so ein bisschen fünf Tonnen Stoffe mit so viel brauchen die ja eigentlich gar nicht so fünf Tonnen sieben Stoffe ins Kontoladen und dann mach mal los hier Rosinante ein sehr sehr schwuler Name